In diesem Video zeigen wir einen LED-Aufbau für mehrere Lichtzonen. Jede Lichtzone soll sich unabhängig voneinander per Funk steuern lassen. Wir nutzen hierfür den Funk-Wandtaster für zwei Zonen. Grundsätzlich gilt, jede separat zu steuernde Lichtzone benötigt einen eigenen Controller. In unserem Aufbau werden beide Lichtzonen über ein zentrales Netzteil versorgt. Genauso könnte aber auch jeder Controller über ein separates Netzteil versorgt werden. Wir haben hier bereits alles fertig verkabelt. Nun wollen wir die einzelnen Zonen anlernen. Diese Zwei-Zonen-Funksteuerung im Design eines Wandtasters ist extrem flach, sodass keine Unterputzdose benötigt wird. Eine kleine Knopfzelle versorgt den Funktaster mit Strom. Prüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingelegt und eine eventuelle Schutzfolie entfernt ist. Hierfür werden keinerlei Werkzeuge benötigt. Nun wollen wir den Funktaster anlernen. Beim ersten Einschalten des Stromes sollten alle LEDs mit voller Helligkeit leuchten. Zum Anlernen der Zone 1 drücken Sie zuerst die Lerntaste am Controller 1. Drücken Sie die Taste nicht zu lang, da Sie sonst den Controller auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Drücken Sie nun die gewünschte Taste an der Funksteuerung. Die LEDs bestätigen das Anlernen mit einem kurzen Blinken. Testen Sie die Funktion der Zone 1, am besten durch Dimmen. Sollten die LEDs nicht reagieren, versuchen Sie das Anlernen bitte erneut. Wenn alles funktioniert, können Sie nun analog die Zone 2 anlernen. Kurz die Lerntaste von Controller 2 drücken, dann die noch unbenutzte Taste an der Funksteuerung. Wieder wird das korrekte Anlernen durch Blinken der LEDs bestätigt. Testen Sie, ob sich beide Lichtzonen wie gewünscht steuern lassen. Es können problemlos auch mehrere Funksteuerungen gleichzeitig verwendet werden. Die Funktionen der Handfernbedienung FB1 erklären wir in einem gesonderten Video. In weiteren Videos erklären wir den Aufbau einer Farbtemperatursteuerung und den Einsatz von Effektfarben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017